Wer hätte das gedacht? Grundsätzlich kannst du eine Lösung herbeiführen oder auch diese ganze Situation ausreichen. Du musst dir nur die Frage stellen, was ist das Ziel, was du beabsichtigst? Möchtest du grundsätzlich immer wieder die Verantwortung vor dir her oder weg tragen? Oder bist du daran gelegen, dass du jetzt innerhalb einer kurzen Zeit eine Lösung herbeiführst, die wirklich beachtliche Ergebnisse herbeiführt? Oder aber ist es dir wichtig, dass du mit Menschen kommunizierst und es wirklich nicht auf den Punkt gebracht werden kann? Und da gibt es wirklich zweierlei von Arten, von Menschen so gesehen, mit denen du erstes oder letzteres herbeiführen kannst. Es ist aber immer wieder fraglich dann, worauf kommt es dir im Kern an? Was möchtest du, wenn du dich mit Menschen unterhältst? Sagst du dir, da soll wirklich was bei zustande kommen oder ist es dir wichtig, dass dabei nichts zustande kommt, weil du, wie es du von mir schon gelernt hast, deine Zeit verdandelst? Und das große und wirklich spürbare Übel des Ganzen ist, dass du irgendwann mal merkst, hätte ich man zu dem Zeitpunkt etwas anderes gemacht, sprich eine Lösung herbeigeführt. Und jederzeit musst du dir darüber im Klaren sein, dass du dich für beide Situationen entscheiden kannst, aber eine davon ist letztendlich nur die richtige, das entscheidest du aber du. Aber immer zum richtigen Zeitpunkt solltest du die wählen. In diesem Sinne, denk daran, bis dann!